. Wegen Harte gegen Sophia? Danila sperrt in Star-Kommentare. Hat Danila Katzenberger, 31, jetzt keine Lust mehr auf Harte? Die Katze wehrte sich kürzlich gegen Gerüchte seitens ihrer Follower, dass ihre kleine Sophia, 2, keine Freunde hätte. In einem Starthemen verteidigte sie ihre Tochter – natürlich habe sie Spielkameraden, die dürfe sie nur einfach nicht auf Sozialmedia zeigen. . Das bewies sie auch mit einem Foto, das die Katze kurz, nachdem die Gerüchte kursierten, veröffentlichte, sie postete einen Schnappschuss von Sophia mit einer Freundin beim Spielen. So wollte sie ihre Harte wohl endlich ruhig stellen – das hat sie ja jetzt via Instagram-Einstellung auch final geschafft.